Norddeutscher Rundfunk 2021 Schatz! Grüß! Grüß! Are you okay? Ano bang problema mo, miss? Why did you grab me? Ano bang nangyayari dito? Ma'am, kailangan na po natin tingnan yung pagyan. Eh, ito kasi! Gino noon ako, ah! Kinuha niyo yung kamay ko? Hindi po, sir. Wala po yun. Oh my gosh! So, you're telling me I'm a liar? I'm a liar? Hindi po, ma'am. No, no, no! Answer me! I'm a liar! I'm a liar? Ma'am, relax na lang po kayo. Hindi nyo kailangan na mga. Sarap ba ito yung nang minirapang? Pag nakita ka, tutula ko talaga. I felt so bad for her. Nahuli kaya! Mga lalaki talaga! Sinabi sa isang interview, na-break na daw kayo. Honestly, we did not break up. You just started not talking to me no more. Ghosting! Your partner has seen an edit in action. You know, sang ganyan ka gandang. Ay, pa'y nang ako ng mga. Parmultures! Mga artista nga kayo! At makina ko na yung papaing. At makina nga nga kayo. At makina nga kayo talaga. Puro laughing and crying laughing. At makina nga. Ola nga kayo. Isang kat. Minoriat. It's a kat. Why not a tiktoker yan. I felt so bad. May nagpohok sa tita at akos ko. At makina nga. At makina nga kayo. Pati na sinipag. Pati na sino. At makina ka. At makina nga. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Cache! 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 Aber ich hab nur ein paar gelungen Wilder. Es ist schon wieder aufgerissen. Es ist schon wieder aufgerissen. Ich bin schon wieder aufgerissen. Happy Birthday, Dito. Uwe, Pre. Wir sind hier. Happy Birthday, sweetheart. Shoutout für die Best Dachte in der Welt. Happy Birthday, Tai. Hey, das ist das mal an? Hast du dich wieder? Ich bin ein Eisblock. Oh, okay. Okay, ich bin wieder mit der Steine. Okay, ich bin wieder. Wir sind jetzt hier. Wir sind hier in den Pilipinas. Okay, okay. Ich bin jetzt zum Konsul. Für die Dokumentation. Wir sind jetzt zu uns, die Kinder. Mama ist es, Mama ist es. Ich liebe ihn, babe. Ich liebe ihn, babe. Ich liebe ihn, babe. Nein! Hey, Delia, Delia! Ich habe eine Frau mit dir. Das ist schon ein Bier. Du bist wirklich ein Bier, Delia. Du bist nur ein Bier? Du bist nur ein Bier? Ich habe mich nicht verraten. Hey, Isa. Ich weiß, dass du die Delia benutztest. Das ist schon ein Bier. Du bist wieder. Du bist ein Bier. Du bist ein Bier. Du bist ein Bier. Du bist nur ein Bier. Okay. Dann wird er nicht mehr, dass er dich nicht mehr angen. Du bist nur ein Bier. Das ist nur ein Bier. Das ist nur ein Bier. Ich habe mich nicht verraten. Ich habe mich nicht verraten. Weil ich meine Frau ist, ich bin der Architekt. Ich bin auf dem Board. Ich kann. Ich kann auf dem Board. Ich habe nur 3,840 Stunden für die Apprenticeship. Oh. Das ist wirklich, Ticay? Ich glaube, das ist dein Kind. Ich glaube, das ist dein Kind. Ich habe mich nicht verraten, weil mein Kind nicht so nett und kassiert. Oh. 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 Oh, was sagt es? Oh, nicht so? Oh, wieso. Das ist das. Kambing? Oh, natürlich. Aber was soll das? Oh, Mann. Oh, nein. Besser. Die Renten sind wir nicht vergessen. Und bevor Sie ein Tag zu machen, noch noch einmal. Oh, nein. Oh. Oh, ich kann das. Oh, ich kann das. Wir gehen. Das ist schon mal wieder. Das ist schon so, dass Marlies diehörig ist. Das ist diehörig, warum die Marlies die? Das ist doch so, die zuhörig. Sie sehen, dass ich auf die Performance level bin. Ah, mein Mann, das ist nicht so, dass sie hier nicht so gut sind. Das ist nicht so, dass sie sich hier in der Kama kommt. Nein, wer ist das? Das ist doch so, das ist ein Skandal. Das ist ein Pinas-Skandal. Das ist ein Film, die die Mama Mary in einer Film. Das ist ein Sex-Video. Oh, das ist das? Das ist nicht so, dass ihr das gemacht habt. Wenn sie einfach nur aufhören lassen, dann muss sie nicht aufhören. Sie sind für ihre eigenen Leute, nicht für ihr. Und ich habe andere Menschen, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, wenn ich ein Rentner habe. Hey, Sabel! Ich habe es geschafft, nur 15 Minuten, 50 Minuten. Ich sage, ich sage, ich bin wirklich auf meiner Arbeit. Oh, ich werde dich verraten. Es ist einfach so schön. Oh, ich habe die Rente. Das ist so schön. Oh, ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Was ich sagen? Das Kind ist nicht so, was er will. Es ist noch ein Emo-Emo-Emo-Emo. Das ist nicht Emo-Emo-Emo-Emo-Emo. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Na, taon na yun ng pagtawag sa'kin ng kambing. Magkamukha tayo. Bawal online search, Nay. Teh, para saan yan? Di mo alam? Siyempre, Teh, alam ko. Sure ka. Kasi yung kaparkata mo si Lance nakabuntis. Ayoko naman na magaya ka. So I just wanna make sure na alam mo yung gagawin mo kapag... Teh, sorry wala akong paranig ah. Hello. Awkward din sa'kin to. Pero real talk tayo, okay? Ayoko naman na maging active ka. I'm sure sila nanay at tatay gusto mangyari yun kapag mga... 35 ka na, o 50, di ba? Pero, just in case magka-emergency ka, ano mo na? Di, Teh! Promise, di ko kailangan yan. Tsaka, Teh, demover muna ako. Kawusap ko si nanay yun. Kala ko naman na get-ail ka. Sige, ayun mo ko. Bea! Breakfast na! It's Bea Bea! Today, we are gonna check out Ever Beginning's new matte lipstick. And we will compare this to my favorite, maybe Balina lipstick. Bea, kain na. Ate, kita mong nagvavlog ako eh. Wow, ha? Deserve ko yung tono na yan. Pagkatapos ko magluto ng breakfast para sa lahat na dapat, ikaw ang gumawa. Brunch na nga, o. Eh, wala naman pasok ngayon, di ba? Kakatapos ng foundation day namin kahapon. Tsaka, naka-IF ako. Di na ako nagbe-breakfast. Nakikasi na mukha ko sa camera eh. Talaga ba? Magiging katulad ka ng lahat? Magpapapressure ka sa tingin na ibang tao? Sabi ng payat. Tsaka pwede, wag selfish. Alam mo naman si Nico, pag di yung tinutukan, hindi yung kakain. At saka si tatay, kapag may tinatapos na order, di rin nakakakain. Oo na, oo na. Malina naman ako. Pag ikaw hindi tumayo dyan, babalikan lang kita ulit. Halika na. Panira. Eh, Pren, Kuya Junior, kain mo tayo. Okay na kami, Ikay. Tumain na kami kanila sa bahay. Yan, yung tatay mong pakainin mo. Oo nga. Nadat na naman niya dito, nagtatrabaho na. Tay, kain muna. Nak, sandali na. Taposin ko lang to, ha? Di pwede, Tay, lalamig yung pagkain. Eto na, kakain na. Nakakot ko lang sa sayo na. Oo ano? Bostan, tiklub ka, no? But syempre, sino ba hindi titiklub dito? Professional architect yata ito ang anak ko. Uyuh! Uyuh! Dali! Qualified pa lang ako mag-vortex, ha? Pag yun, napas ako. Doon ako magiging professional. Sigurado ako anak, papasa ka doon. At hindi lang yun. Pagtatap ka ba? Tay, baka sa sobrang pagka-proud mo, lumakiulo ko niyan. Alam mo kasi yung pagka-proud mo sa'yo? Mula dito, sa bahay ng Sidero, hanggang doon! Sa Africa. Hanggang doon lang? Ay, nakot ito. Tara na kayo, Tara! Busyan ng konti. Tommy G ka. Sige, wait. Panorin ko. Sige, sige, sige. Sige, def lang. Uy! Ano yan? Giyakin yun, ha? Bigyan sa akin yun ni ate. Nakuha ka talaga. Ano naman ang buhok to? Ayun lang. Hindi natin pwede husgahan ang buong buhay ng isang tao dahil lang sa isang. Ang final video. Lahat naman kayo, pwedeng may pinagdaan. Kaya wala tayong karapatan na mag-judge. Bad words could push my person to lose his or her mind. Be responsible with wanting to post. Tara, nakuha ka talaga. Syempre, favorita mo. Marce, salamat, ha? Thank you, Marce. Uy, tsaka ang ganda ng bangs mo. Uso ba yan ngayon? Parang napapikit ba yung kumugupit sa'yo? Hindi, pero ang ganda. Ang ganda. Oo, magay sa'yo. Thank you, Marce. Sige ha, sa ulitin. Oo, okay, okay. Sige, sige. Ate, di ba magiging professional architect ka na? E di lalaki na yung sweldo mo. Di, baka pwede mo naman ako bilhin ng bagong cellphone. Yung maganda pang FL. Sige, kung tutulungan mo si tatay sa shop. Tay, di ba tumutulung ako sa shop? Tay, depend mo nga ako. Lagi nga ako nakatambay dun eh. Tuwing wala kang tour namin sa FN. Hindi! Tay, depend mo nga ako. Lagi nga ako nandun. Tay, natulung ako, di ba? Hindi. Ayun naman eh. Hindi lagi. O, tatay naman matampuin yung bunso ko. Kumain ka nga dyan. Kumain ka madame. Satya. Sige. At least, si Nico hindi nagsasantasantahan katulad ng ibang tao dito. Ano? Hinako, Tay. Nagtatantrums yan. Kasi nangihingi ng dagdag allowance dahil may gusto daw siyang bilhin. Nakailangan ko sa vlog! Bea. Bea? Halos 4,000 para sa blouse? Eh, baka gawa sa gintoy yun. Uy! Eh, limited edition yun. Paupos na nga sa online eh. Tsaka nung masama kung bilhin ko yun, minsan lang naman akong bilhin ng ganto eh. Bea. Impis na ibili mo ng ganyang kamahal. Bakit di na lang natin yun idagdag sa pambayad ng tuition yun ni Nico? O kaya, idonate mo. Andami nang mapapayaran sa 4,000. Oo na. Ikaw na mas magaling. Kasi ikaw yung concern sa mga deep issues. Bea. At akong mababaw lang ako. Kasi normal ako. Para blouse lang, laking issue na. Eh, ikaw nga katigyan mo yung si Nico ng condom eh. Condom? Diyos ko! Panginoon kong bata! Eh! Saan na labay mo? Lab? Nay! Ayan po! Binigyan ka ng condom si Nico! Lab, ano? Ano? Bakit to? Binigyan ng condom, Lab? Explain mo ha! Subong era. Bea. Sigurado ako may magandang dahilan yung ate Rika mo. Nakapuntis yung kabargada niya. Ayoko lang naman na magaya siya. Labi-lapit mo nga kay Rika. Ika'y masyado pang bata yung kapatid mo. Kinakausap mo ng ganyan mga bagay na yan. Kay Nico! 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 Alam mo naman siguro kung anong tama sa mali ah. At hindi mo pa dapat ginagawa. Hindi ko siya binigyan ng condom para maging sexually active siya. Eh di ba parang ganun na rin yun? Gusto ko lang malaman niya na just in case, may safe and smart way to go about it. Talaga ba Bea? Magpe-pretend tayo na walang kaedad niya ang active na? At least ako, realistic. Eh kung hindi tayo magtuturo niyan sa kanya, eh sino? Hindi naman tinuturo sa school sa sex education. Eh ang daming maagang napubuntis eh. Ang daming nagkakasakit. Napaka-boomer mo. Hindi ako boomer, no? Tama na. Tama na. Lab, lab. Dapat mo kayo Rika. Hindi maliit na bagay ang pinag-uusapan dito, Rika. Dapat ginausap mo muna kami. Nay, wala ko kayo dito. Rika. Kung lahat ng desisyon, ipapadaan ko pa sa inyo. Pero nandiyan ang tatay mo. Hindi mo itinahan sa kanya. May mga bagay na dapat pinag-dedesisyonan natin bilang pamilya. Anak, alam naman natin maganda intensyon mo. Pero sana alam mo kung saan ang gagaling yung nanay mo. Pero huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ito si Bunso. Oh, lab. Hindi mo pa naku-congratulate yung anak natin. Lab, kaya nga ako tumawag. Iko congratulate kung... Kasi natapag mo na. Sabi ko nga kay tatay mo. Maghanda tayo. Ano gusto mo? Huwag na unay. Saka na lang kapag nakapasa na ako ng board para hindi doble gastos. Ang sige. O, pasok pa ako. Pintang nag-ulat ako eh. Mag-ungkat pa naman sa akin. Kondom. Kaya may nire-reako dun po. Huwag kang tumawa. Seryoso to. Lab. Totoy pa si Nico. Huwag kang mag-alala sa kanya. Wala pa yung mga ganong bagay sa utak niya. Ano ka ba? Isikay. Eh, lab. Pareho man natin gustong isipin na wala pa yun sa kamalayan niya. Pero, matandaan yung anak natin eh. May sarili ng utak yun matagal na. Pero, lab. Basta ang sigurado ako. Ano man ang pasok niya, magiging matalino yun. Alam mo, hindi ko rin naman gusto talaga na nakakatensyon kami ni nanay. Pero minsan kasi, nakaka-frustrate na eh. Eh, ikaw naman kasi. Binulagaan mo ng kondom na nahimik sa Dubai eh. Yun din. Hindi ko ma-gets bakit ba napaka-old school niya sa issue na yun. Minsan talaga, hindi ko maintindihan si nanay. Lab, naalala mo ba nung high school siya? Yung may binigyan siyang black eye nakaklase niya? Yung lalaking anak mayaman? Paano ko naman makakalimutan yun, lab? At pinatawag tayo ng principal nun, di ba? Kasi binasto siya. Tapos, nung pinapagsori siya, ayaw ng anak mo kasi kailangan daw mag-sorry din yung lalaki. Alam mo, kung di ko lang nahagod yung principal nun, makiya ako. Na-expell na yung batang yan. Alam mo yung anak natin? Kapag may pininiwala ang tama, ilalaban niya talaga, no? Eh, kaya nga sa mga ganyan-ganyan niya, kaya marami siya mga nakakaaway. Maraming hindi nakakaintindi sa kanya. Parang igaw. Hindi na nga alam, eh. Para siya nga ako. Di ka pa nag-aalala? Di ba't naman ako mag-aalala, lab? Malakas ang anak natin. Katulad mo. Kaya ba, di kami magkasuntul talaga niyan. Mabuti na nga lang nandyan ka, lab. Ikaw, wala kang magawang mali dyan, eh. Pero, girl, cool pa rin ang nanay mo. I mean it. Alam po, minsan nga, mas cool pa yun sa akin. Alam mo, mahal ka ng anak mo? Ganito na lang, lab, ah. Isipin mo na lang, magkakaroon na tayo ng professional architect. Sulit lahat ng sakripisyon natin, lab. Mmm, lab. Kaya nga, pinaghahandaan ko na talagang maig yung pagpasa ni Ikay sa board. Basta maghahanda tayo, ah. Todo-todo, lab. Mag-imbita ka dyan. Buong barangay, imbitahin mo. Buong barangay talaga? Pati si Raeline? O, sige. Imbitahin mo na yung Raeline na yan. Pero ako, labah. Nakasabi ko sa'yo. Mag-iingat kasi sa Raeline na yan. At parang ang airport dyan. Yung mga kamay nun sa'yo lagi lumalanding. Oh, oh! Uyungan ang mga kamay na yan. Ika. At parang hivyo 911 sa'yo. O, kung mas nakit mga kamay na yan hindi. O, we may rin natin. O, kuha Bala? Projekt name, Alphabetical. You are here to assist me. Just do what I tell you. Farida, where is the adjusted calendar? Finish the proposal letter first. Farida. I need a complaint letter now. Yes, I'm printing the calendar but still finishing the letter. I want to do it now. I'll go to the calendar first. So slow. Yes, sir. I'm sorry. I'll give you 30 minutes. What is all this mess? Fix it. Yes, ma'am. I'll give you 30 minutes before. Ich glaube, dass ich nicht in den Menschen in den Wohnen bin. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass ich nicht so gut bin. Ich bin ein Senior für dich, Rika. Es ist nur ein paar Monate lang. Ich glaube, ich glaube, es ist ein Tipp, dass wir uns zu hören können. Ist wirklich? Ich glaube, es ist zu entscheiden. Wir sind die Architekt. Das ist unsere Arbeit. Entschuldigung? Wenn Sie die Klientin sagen, dass er ein High-Rise Condon will, ist es einfach, Donna? Ist das was ich tun soll? Ist das was ich tun soll? Du kannst nicht in Englisch sein. Es ist sehr gut. Das stimmt. Ich möchte noch einen Englisch-Pinoy-Axcent, als es nur das, dass es nicht mehr gibt. Green Spot? Sorry, Greg. Ich habe gesagt zu ihm, dass das nicht die Klientin ist. Nein, nein, nein. Es ist okay. Um, die Sub-Division der Highway ist, Sir. Ich weiß, das ist kein Priorität der Entwickler, aber ich glaube, sie würde es empfehlen. Good job. Rose! Es ist noch zehn Jahre alt. Es ist so schnell. Oh, Eva! Sir, wir sind sogar die, er hat er über eine 3,840 Stunden zu übernehmen. Kaya will ich ihn um! Oh, das ist er, ihr? Es ist doch nicht dran. Ich weiß, wir courten uns passado. Ich möchte ihn mal ein? Oh, wir wollen sie nicht, Sir. Thank you. Qualität? Ist das nicht okay? Ich bin immer noch nicht so. Ich bin immer noch nicht so. Ich bin auch nicht so. Ma'am, ich bin aber noch nicht so. Ich habe mich vorhin zu verraten. Sorry, Ma'am. Rose, ich bin mit dir? No, Miss Rika, ich bin nur noch. Wir sind nur noch. Wir sind nur noch. Ich bin sicher, dass du dich nicht so. Okay, ich bin. Ich bin auch. Okay, ready, guys? Greg, danke. Of course. Yes, of course. All right. Greg, ist es noch ein? Pero may na ako uminom, ah. Let's go. Sige, Rose, una kamula. Tay, nag-celebrate lang kami ng office mates. Late ulit, makakaumi. Patutumbahin mo na naman lahat dyan, nak. O, sige, ingat ka. Siyempre, Tay. Love you. What's more important is, anong nangyari sa inyong dalawa? Sir, sir, ang goal natin tonight ay malasing si Rika. Okay? Okay. Nalalasing ba yung si Rika? Eh, nung huling labas natin, ikaw ang wasted, Leo. Actually, may ebidensya ako. Wasted? O. Sinong di wasted? Oo nga, pagsak na nun. Wasted na nun. Tawag. Galaam. Tapos talaga ng toleransin yung si Rika. Ano nga ako bang tawag doon, Sir Greg? Alkoholic? I think, ang tawag doon, Donna. Ito. Fun. Oh. Shot. 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 Shot shot. Ayun nila tayo tala tayo. Oh. Ay, di ko eh. Oh. Hindi ko eh, bago ka na namang rocket, ah. Landlady. Nagtitinda na mga kakanin. Server dito. Ayun ako, na pa bang pwede mo idagdag? Kasi alam mo, dito sa Dubai, kailangan, mas madami pa sa isa yung mga ginagawa mong trabaho para maka... Hindi ka tayo ng malaki-laki na, hindi tayo nakatapos, di ba? Pwede na tayo. Excuse me. Excuse me. Ay, ako na yan. Ayun. Ayun. Shut up. Hi, ma'am. Um, Kakay, I will be your server for today. Small world. You're Carla Manassas, right? Um, Kakay, sikat na po ngayon, ma'am. May nagkamali pa lang baka sa land ka. Um, ma'am, excuse me po, pero... Magkakilala ho ba tayo? Well, I'm a friend of Audrey Ramones. Do you remember her? Ay, itago mo ang asawa mo sa babae ko. Ma'am, may iba na lang po kukuha na orders na mamaya. Better. That woman, kung sino-sino kinakalantarin mo, kaya mo, alam mo, ngayon lang nag-click sa akin eh. Na parang may narinig na ako before kay Rike eh. Na yung nanay daw niya nagkaroon ng affair sa isang ramays. Oo, ang chismis! Lila! Yung pag-chismis ang nanay ko. Yung! Yung! Ligo, tinanong tira na yun, no? Oo, tapos turtle kayo, dad. Retreat kayo sa akin. Tapos nakalabong kaniti. Turtle. Ah, turtle mo na tapos lor. Tama-ama-ama. Ibalik mo. Asan na? Gap, tawin na. Sinabi kong ibalik mo. Ano ba kailangan ako sa'yo? Yung notebook ko, akin na niko. Akin na akin na, malis ko na ko si child. Kailangan ako! Sinabi ko na sa'yo, akin na. At mo kailangan ako sa'yo, akin na. Ikaw, labas mo na yan. Sabi niya. Ate, sino si Brax? Bakit merong artin na kakala niya dito? Ito o. Ito ko na muna sa'kin. Oh, pala niyo bakit. Oh, killer! Oh, killer! Basta, tata, tata. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O, nanay niyo, tumatawag. Nah, Siniko po. Ayan, maculo na naman. Hello, lab? Lab, mga bata ba iyon? May batin pa natutulog yan. Nah, Siniko, ang kulit na naman. Nay, si ate Bea, may jowa na, si Brax. Hindi ka mo totoo na. Himo ka mo, най! Uy, wag kayong masyadong makulit diyan. Mapapagalitan kayo ni ate ikay niyo. Sige, kayo. Es ist nicht so, Frau Nye. Er ist schon wieder weg. Er ist wirklich ein Konzentridor. Lapp, er hat sie mit den ganzen Koffysienern. Bea, die Frau, hat sie lange lange gesagt, hat sie sich selbst gesagt. Sie sagen, Frau Nye. Das ist so, Frau Nye. Good night, Nay. Es ist so gut, Frau Nye. Ich bin 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 so gut, wir sind wieder weg. Wir werden in der Shop. Ich bin so gut. Ich bin so gut, Frau Nye. Okay, ich bin so gut, Frau Nye. Good night, Frau Nye. Good night. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, good night. Good night, bye. Okay, good night. Ich bin so gut, Frau Nye. Lapp, Sie sind wirklich stolz mit unseren Kindern? Sie sind immer wieder. Oh, mein Gott. Si Rose ba yan? Well, I gave her the benefit of the doubt. Ich dachte, dass das so ist, aber deep in der Mitte ist es ist. Jetzt wissen Sie, es ist einfach nur für die Leute zu beobachten. Und habe ich mir gedacht, dass sie sich für die Mädchen in der Arbeit gekommen ist? Dschüss, warte mal. Oh, nein! Das ist wirklich, die Chismes, die ich an. Wie ist es? Es ist auch eine Angelegenheit. Und hier ist es, Sie sehen sich nicht auf sie, als sie dort zu sehen. Oh mein Gott, shut up! Entschuldigung? Was ist das, wenn sie ihre Assets hat? Und was ist das, wenn sie ihre Aufmerksamkeit hat? Ich habe auch das gemacht. Sie sind nicht für Leo, Donna. Wenn sie sich mit dem, und wenn sie sich mit dem Security Guard haben, dann ist sie nicht so gut. Und sie ist nicht so gut. Es ist ein Mann, der sie sich an. Sie sind ein Mann. Die Mann ist ein Mann. Sie sind nicht ein Mann. Ich habe mich an. Hallo? Love? Ist es nur ein Mann? Ja. Ich habe mich gefragt. Weil, Astig, du bist du. Ich weiß, dass ich keine Probleme habe. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Das ist ein Mann. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Nein. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass du mir das letzte Mal nicht mit mir verstanden? Ich habe dir gesagt, du bist der erste Beobachtung zu sein. Du bist nur ein Mann. Aber du bist der erste Beobachtung? Und du bist der einen Mann. Ich habe das Gefühl. Es ist passiert, dass wir nicht mehr darüber sprechen wollen. Das heißt, Es ist ein Mann. Ich habe das. Das ist ein Mann. Ah, excuse me, masyado nang tapes yung prem ko para sa'yo. Really talaga, ha? Ay, naku, paano mo naman alaman yan? Eh, bakit? May iba pabang tao na papagwasa'yo ng cabinet, ha? Di ba? Si Rhea rin lang. Eh, yung bahaya ata nun, wala ng ibang laman na furniture, kundi puro cabinet. Cabinet, 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 hanggang baan niyo may cabinet? Ikaw talaga, la, ba? Nagsiselos ka, ha? Ikaw, inaimbita mo pa siya sa paparty natin kay Rika. Aba, aba, ang asawa ko, talagang pinapaselos mo ako, ha? Naman na lang tayo, ha? Chao, ha? Ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ja, 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 ja! Oh, Masrika! Asen kann man? Oh, Masrika! Oh, Masrika! Oh, Masrika! Oh, Masrika!